Ja, hallo, hier ist wieder der Thomas mit einer neuen Folge der OpenSource-Integration. Heute geht es um den JBoss-Fuse. Ja, wir wollen mal sehen, wie sich JBoss-Fuse schlägt bei der Umsetzung unseres Integrations-Szenarios mit Enterprise-Integration-Patterns. Bisher haben wir schon Camel, Service-Mix und den Talent-ESB uns angeschaut. Ja, hier bin ich jetzt im Developer-Studio, im JBoss-Developer-Studio und wir sehen hier oben die Umsetzung der Route, wie wir sie hier theoretisch entwickelt haben. Das sieht schon recht ähnlich aus. Es geht zuerst mal linear durch und dann haben wir diese drei Verzweigungen, wobei hier vorne ist es wesentlich länger. Also ich habe hier lauter einzelne Schritte und ich kann die auch nicht anders darstellen. Also er macht dann immer wieder ein Auto-Layout. Jedenfalls habe ich noch nicht gefunden, wie ich das hätte abschalten können. Und dieses Auto-Layout führt dann dazu, dass es so endlos nach rechts geht. Aber man kann mit arbeiten und ich kann mir das jetzt auch noch ein bisschen größer machen, dass ich da ein bisschen mehr sehe. Wir können hier mal an Anfang gehen. Also wir haben hier wieder die In-Strecke. Ich klicke mal drauf und gehe hier unten auf die Properties und dann sehe ich hier die Konfiguration und das kommt mir jetzt schon bekannt vor. Wieder wie beim Camel. Ich habe hier einen Jetty-Endpunkt für diese Adresse. Ja, und dann geht es weiter. Hier zum Anmarschel. Das ist genauso wie beim Camel. Wir haben die Set-Header wie beim Camel drin. Und da seht ihr auch hier, da ist dahinter wieder ein Ausdruck. Und genauso auch beim Log. Was ist hier noch interessant hier? Der Aufruf des Jetty-Endpunkts, also der Aufruf der Open Weather Map. Und auch da wieder ist ein Endpunkt-URL drin. Jetty, HTTP und so weiter. Und auch da müssen wir hier hinten die Camel-Optionen direkt eingeben. Das Editieren hier ist ziemlich spärlich. Ihr seht, hier steht nicht allzu viel dabei. Und das sehen wir auch später noch. Ja, dann hier habe ich auch noch was Schönes. Konvert-Buddy. Da machen wir eine Umwandlung. Und zwar brauche ich aber für die weitere Behandlung den Buddy als XML-Quelle. Und da seht ihr jetzt diese Umwandlung. Hier gebe ich einen Typ an. Und das ist eine Java-Klasse. Das ist der vollqualifizierte Name der Document-Klasse vom DOM-Parser. Und ich muss hier den Klassennamen angeben für diese Umwandlung. Ja, und das kann ich nur, wenn ich Java programmieren kann. Also so schön, wie das hier oben aussieht, da komme ich ohne Java-Programmieren nicht allzu weit. Und das ist auch tatsächlich so, ich habe mich da so richtig gezwungen, das mal grafisch zu editieren. Bin aber dann nach der Hälfte umgeschwenkt und habe es hier in einer anderen Ansicht editiert. Was ihr hier seht, ist einfach eine andere Ansicht von dem hier. Ich bin hier jetzt in der Quelltext-Ansicht und da seht ihr, dass sich hier das Projekt oder dass sich hinter diesem Editor die Camel XML-DSL verbirgt. Also, ich mache mal hier eine Formatierung drauf, dass wir das besser sehen. Wir haben hier sogar ganz normales Spring und hier eine Definition vom Spring Bean. So wie wir es genauso, habe ich auch von Hand reingesetzt, wie man das bei Camel macht. Ich habe hier eine ActiveMQ-Komponente konfiguriert, um auf den ActiveMQ-Broker der JBossFuseRuntime zu kommen. Und dann haben wir hier den Camel-Kontext und das ist jetzt nicht die Java-DSL, nicht die Java-Domainspezifische Sprache für Camel, sondern die XML-DSL von Hand eingegeben, ein Data-Format, XML to JSON, damit wir hier am Anfang die Umwandlung machen können von JSON nach XML. Ja, und da kommt die Beschreibung der Route und das sind jetzt genau die Daten, die wir auch gesehen haben, die man in der Oberfläche eingeben kann. Ja, was mir ganz gut gefällt, ist hier, wenn ich hier editiere und nehme hier Änderungen vor, das heißt, ich mache hier vielleicht einfach nochmal weitere Header, setze in weitere Header und speichere das abgehende Design-Ansicht. Dann sehe ich, dass er das eingebaut hat, Set Header UUU und hat es im Layout mit dem Auto-Layout automatisch dazwischen gesetzt. Genauso, wenn ich den Schritt entferne hier, zack, weg damit. Jetzt hat er den Pfeil vergessen, den male ich aber nochmal von Hand ein. So, und wenn ich dann in den Quellcode gehe, dann hat er mal das entsprechend entfernt. Also, das ist ziemlich schön. Eine nicht so schöne Sache ist folgendes, ja, jetzt fehlt es wieder. Damit unsere Route auch funktioniert, brauchen wir hier unten bei diesem To, wenn ich etwas in die Ski Queue schicke, die Ski Queue, die auf dem Active MQ gehostet wird, dann bräuchte ich hier nochmal ein Pattern. Und dieses Pattern kann ich hier über einen Editor, XML-Editor, kann er mal das anzeigen, dass ihm da was fehlt. Pattern, und zwar ein In-Only bräuchte ich hier. So, das setze ich mal von Hand rein und speichere das ab. Gehe in die Design-Ansicht. Wir sehen, hier oben hat er wieder alles zusammengezogen. Da ist nicht mehr dieser lange Abstand dahinter. Ich gehe jetzt in die Quellcode-Ansicht, gehe wieder an die Stelle, an der ich das Pattern eingebaut habe, und es ist weg. Also, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die Dinge, die ich im XML anbringe, die verschwinden dann wieder. Eine Alternative wäre, ich editiere das nur hier im Design, aber wenn ich das mache und es hier nur im Design editiere, hier zum Beispiel, das war für die Queue, dann habe ich hier nicht die Möglichkeit, ihr seht bei Details, da gibt es fast nichts. Also, ich kann hier nicht angeben, dass er das als In-Only benutzen soll. Es wäre wieder möglich, aber das möchte ich vielleicht hier nicht, dass ich es hier behindersetze in die URL und da rein kodiere. Dann würde man das wahrscheinlich machen und dann könnte ich hin und her wechseln. Ja, aus dem Grund scheidet für mich persönlich der grafische Editor da fast schon aus. Aber das ist Geschmackssache, das bin nur ich. Das ist meine eigene Meinung. So gefällt er mal vom Editieren, vom Arbeiter, es ist schon ganz witzig damit, das Ganze zu machen. Und ja, ich habe es dann halt auch wieder grafisch aufbereitet. Ja, ich muss allerdings nicht diesen Editor verwenden. Wie ihr links seht, es ist ein ganz normales Projekt hier. Ihr seht es hier oben im J-Boys Developer Studio, das auf Eclipse basiert. Und ich habe jetzt eigentlich nur hier einen Camel Context drin. Das ist diese Datei, die wir schon angesehen haben mit dieser Ansicht und mit der XML entsprechender Ansicht. Ich habe hier meinen XSLT-Style-Sheet dabei. Ja, und was sonst noch da ist, ist ein Maven-POM. Genauso wie wir das in den anderen Projekten schon gehabt haben. Und in dem Maven-POM trage ich entsprechend meine Abhängigkeiten ein und beschreibe mein Projekt. Vielleicht auch noch mal ganz typisch hier beim J-Boss-Fuse bei der Runtime. Es gibt mehrere Möglichkeiten, es dort drauf zu deployen. Und ich habe jetzt hier ein Packaging von Char, ohne dass ich hier ein OSGI-Bundle schnüre und kann das in ein J-Boss-Fuse deployen. Das ist vielleicht noch mal so ein kleiner Unterschied. Ansonsten, bis auf den grafischen Editor für die XML-DSL unterscheidet sich hier nichts von einer Entwicklung mit Camel oder mit Camel für OSGI. Also für einen Service-Mix beispielsweise. Das heißt, ich könnte eigentlich auch hiermit mit dem J-Boss-Developer-Studio meine Camel-Routen entwickeln und könnte die dann im Service-Mix laufen lassen oder könnte die Standalone laufen lassen. Also ich muss nicht die Runtime nehmen. Das ist eine schöne Sache beim J-Boss, weil auch der genauso wie auch ein Talent auf Open Source aufbaut. Und ich würde aber sagen, dass es noch viel weniger verändert und viel weniger eingreift hier als der Talent. Ja, ich möchte dann auch mal meine Route deployen. Aber dazu muss ich vorher noch mal meine Anpassungen von Hand durchführen. Ansonsten, wie gesagt, funktioniert es bei mir hier nicht. Mit dem Pattern, da braucht man ihn only. Ansonsten kriege man Timeout beim Zugriff auf die Queues. So, wunderbar. Und jetzt starte ich hier lokal. Das ist nicht in der Views Runtime. Ich starte jetzt lokal in der IDE den Camel-Context. Hier sieht man es, Run as Camel-Context mit einem kleinen Kamel dran. Das ist schon schön integriert. Auch oben beim Editor haben wir hier nochmal ein schönes Kamel-Symbol. So, jetzt wechsle ich in den Chrome, während hier unten die Route hochfährt. Und hier habe ich wieder meinen Postman, mit dem ich ganz einfach meine Anfrage abschicke. So, und die wird jetzt entgegen genommen von Camel. Camel läuft, wie gesagt, im Studio. Und als Active MQ habe ich im Hintergrund die J-Boys Views Runtime, die man dort das Ganze mit einer Message Queue abbildet und man hier die Nachrichten entsprechend aufnimmt. Und, ja, funktioniert ganz wunderbar soweit. Ja, damit können wir mal einen Blick auf die Runtime werfen. Ich habe hier jetzt die Konsole für die J-Boys Runtime. Und, ja, fangen wir mal von vorne an. Beim J-Boys gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich was deployen kann. Die Runtime basiert genauso wie Service Mix auf einem Karaf OSGI Umfeld oder einer OSGI Runtime. Da gibt es viele Ähnlichkeiten. Allerdings geht J-Boys noch ein bisschen weiter und versucht noch ein bisschen eine weitere Abstraktion im Sinne von Container und Profilen hier reinzubringen und versucht das Ganze einfacher zu gestalten. Schauen wir uns mal an, ob es das wirklich einfacher ist. Ich bin jetzt hier in der Oberfläche und erzeug mir hier einen neuen Container. Ja, und dieser Container nenne ich jetzt einfach mal, das ist mein Knoten. Und das soll ein Child-Container sein. Ja, und ich sage ihm vielleicht gleich, er soll mal fünf Container erzeugen. Und damit hat er mal jetzt fünf Container erzeugt, die unabhängig voneinander jeweils in einer extra VM ablaufen. Also ich kann da ganz schön Ausfallsicherheit erreichen. Und der J-Boys Fuse ist auch wunderbar geeignet, um große Deployments zu machen, hohe Verfügbarkeit, um meine Anwendung auf vielen Knoten auszurollen und das Ganze zu managen. Also wer nur einen Knoten betreibt, der hat sicher mit J-Boys Fuse einen Overkill, auch mit dem Fabric-Container, der hier eingebaut ist. Wer allerdings hier eine große Anzahl von Anwendungen hat oder eine hohe Last mit vielen Knoten, der hat hier eine schöne Lösung. Also bei mir fahren die Knoten jetzt hoch. Aber ich kann schon mal weitergehen in die Profile und kann die Profile managen. Okay, und ich habe mir hier ein Vacation-Profil erstellt für die Vacation-Anwendung. Und das schauen wir uns mal an. Dieses Profil, da kann ich angeben, Vater, von dem es erbt. Das ist das J-Boss Fuse-Fuel-Profil, das die ganze J-Boss oder ein Großteil der J-Boss-Umgebung mit Camel und so weiter beinhaltet. Und basierend auf der hier, also das X soll nicht heißen, dass es nicht läuft. Das X ist sondern nur die Schaltfläche, um diese Parent-Beziehung zu entfernen. Genauso wie hier für verschiedene Module. Also ich könnte jetzt zum Beispiel Pax Chatty könnte ich entfernen in diesem Profil und könnte dafür noch mal ein anderes Modul dazu bringen. Ja, hier sehen wir in der Übersicht auch noch mal, was wir alles vererbt bekommen. Und aus der Frage habe ich hier Camel Chatty dabei. Wenn nicht, da ist Camel Chatty dabei. Also ich muss es gar nicht extra hier dabei haben. Was ich aber brauche, ist Camel Chasen, damit wir auch die Camel Chasen, Camel, XML Chasen, damit wir die Chasen nach XML Umwandlung durchführen können. Ja, in so einem Profil kann ich die Abhängigkeit beschreiben, die ich brauche und kann der aber auch noch mal eine Anwendung hinzufügen. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich dieser Profil zusätzlich noch entweder ein Bundle hinzufügen. Wir sehen auch hier, da haben wir ein Bundle 319 hinzugefügt. Und das ist jetzt ganz konkret die Anwendung, die wir entwickelt haben. Die haben wir hier, oder die habe ich schon mal hinzugefügt. Auf der Kommandozeile habe ich das gemacht. Es erscheint aber auch hier. Und jetzt habe ich im Profil meine eigene Anwendung plus alles, was die Anwendung braucht. Und dann kann ich so ein Profil immer Container zuweisen. Ja, hier wird noch hochgefahren. Ich gehe so lange mal vielleicht in den Container rein. Oder ich glaube, ich habe es im 1er-Container. Genau, und da habe ich jetzt dieses Vacation-Profil zugewiesen und könnte das Ganze jetzt theoretisch laufen lassen. Ich muss aber dazu gestehen, ich habe es auf der Fuse-Runtime nicht geschafft, das Ganze auszuführen. Ich habe hier mindestens eine Woche verbracht. Ich habe die 6.1er Fuse benutzt. Ich habe 6.2 mal kompiliert. Ich bin hier an die OSGI-Abhängigkeiten reingegangen und, und, und. Und, ähm, einfache Beispiele, die laufen, überhaupt kein Problem. Auch über dieses Fabricate-Deployment geht wunderbar. Wenn es komplexer ist, wie dieses einfache Beispiel, das ich jetzt gerade realisiert habe, dann scheitert das Ganze. Und, äh, man findet ziemlich viele Einträge von Leuten, die im Internet das gleiche Problem haben. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, damit dürfte der normale, oder dürften viele Anwender davon total überfordert sein oder einfach nicht die Zeit haben, sich da reinzuknien. Also, das Ganze macht einen sehr solider Eindruck, wenn ich auf große Deployments gehe. Ich brauche aber viel Zeit, damit das alles funktioniert. Viel Zeit, um es das auszutüfteln. Ich nehme an, dass das Ganze irgendwann mal anders ist. Äh, sieht so aus, als wenn es das Leben irgendwann mal einfacher machen kann. Aber da ist Fabricate meiner Meinung nach noch nicht da, hat aber da viel Potenzial. Ja, was gibt es hier noch? Ja, ich habe hier natürlich, ähm, das Dashboard dabei in der Oberfläche. Ich kann hier mal die Camel-Routen anzeigen lassen und, und, und. Und, und, ja, das geübte Auge, sage ich mal, erkennt hier gleich, dass das das HotIO, äh, die HotIO-Konsole ist, die wir auch schon beim Camel eingesetzt haben. Also, das, was ich, wer wissen möchte, wie hier Routen aussehen oder wie man hier auf den ActiveMQ zugreifen kann, einfach nochmal die Folge über Camel anschauen. Das ist das Gleiche. Denkt euch oben halt nur diesen eine Zentimeter weg, wo Red Hat J-Boys Fuse dran steht, oder denkt euch das dazu, dann sieht das, äh, ähnlich aus. Ja, ich lasse mir es natürlich nicht nehmen, auch einen Blick auf die J-Boss Fuse-Konsole, da drauf einen Blick zu werfen. Und dazu starte ich jetzt mal den J-Boss Fuse 6.2, äh, wie er gebaut ist aus dem Git-Repository. Den starte ich mal. Und schon beim Hochfahren sehen wir, dass das, äh, so aussieht wie beim Service-Max. Der Service-Mix, J-Boss Fuse und Talent, die basieren alle auf der Karaf-OSGI-Runtime, unterscheiden sich hier im Branding und in den Befehlen, die es hier gibt auf der Konsole, ich kann mir die mal anzeigen lassen, die wir hier drauf haben, also sind zum Großteil die gleiche wie beim Service-Mix. Allerdings haben wir ein paar hier in diesem Fabric-Namespace, die ganz spezifisch sind für den J-Boss und da rufe ich jetzt mal Fabric-Create auf und er fragt mich jetzt gleich nochmal nach einem Username und Passwort für, äh, den Container, den er hier erzeugt, so. Ja, jetzt brauchen wir noch ein paar Sekunden, bis der Container so weit ist, aber wir können trotzdem schon mal ein Kommando aufrufen. Äh, es wurden jetzt einige Kommandos hinzugefügt, die auch J-Boss-spezifisch sind, wie dieses Container-List und da sehe ich, aha, er ist schon fertig, er hat jetzt hier einen Container mit verschiedenen Profilen, also parallel zu dem, was wir auf der Oberfläche schon gesehen haben. Jetzt können wir uns auch ein Profil erzeugen, Profile, Create mit einem Apparent-Profil und dann nehme ich das J-Boss-Fuel und erzeuge mal jetzt mein Vacation-Profil und dem Profil, ähm, füge ich jetzt was hinzu, Edit Feature Camel XML JSON ins Vacation-Profil, hier geht auch überall, äh, die Completion und dann kann ich mir das Profil mal anzeigen lassen, Display Vacation, das ist analog auch wieder zu dem, was wir an der Oberfläche gesehen haben, Vacation-Profil mit diesem Parent, von dort werden auch nochmal einige, äh, Features, Bundles, äh, und so weiter, also verschiedene Komponente vererbt und, äh, so ein Profil bedeutet, diese ganze Komponente werden gleichzeitig deployed, ich kann die gleichzeitig auf dem Container deployen, die Container kann ich meinem ganzen Netzwerk verteilen, kann die Remote deployen, kann das ganze ausfallsicher gestalten, also schöne Sache für große Deployments. So, und jetzt würde ich diesem Profil nochmal ein eigenes, ähm, eine eigene Anwendung hinzufügen, ich kann das mal machen, mit, äh, install.mvn, ähm, com-redicate-vacation-fuse, so, damit hat er mal jetzt dieses Bundle aus dem, äh, Maven-Repository aus dem lokale, Maven-Cache installiert, ich habe das vorher ja an der J-Bos-Oberfläche gebaut, und wir sehen, Bundle-ID ist 276, da ist es jetzt installiert, und das füge ich jetzt dem Profil hinzu, Profiler, Edit, Bundles, 200, was war's, 76, ins Vacation-Profile, so, und dann kann ich mal das Profil nochmal anzeigen, wunderbar, da ist jetzt auch unser Bundle drin, und, ähm, ja, aber wenn ich jetzt einen Blick auf Container-List werfe, ja, da haben wir es noch nicht dabei, das muss ich erst hinzufügen, dann wird es erst krachen, aber das mache ich mal, container, add-profile, und das Profil, das wir haben, mit unserer Anwendung, mit der ganzen Umgebung, also, die Idee ist schon genial, das kann ich jetzt auf dem Container-Deployer, auf dem lokale, auf dem entfernte Container, sagt er einfach Container, add-profile, ähm, wir müssen jetzt erstmal den Container angeben, Root, und dann Vacation, das kann ich mir nochmal die Liste ausgeben, und, äh, da sehen wir, zack, hier ein Fehler, Bundle-Version, okay, äh, ich habe hier schon zig Fehler gehabt, einfache Sachen funktionieren, ganz, ganz einfache, ähm, entweder über ein Fabricate-Deployment, oder über ein OSGI-Bundle, funktionieren einfache Beispiele, wenn es ein bisschen komplizierter wird, äh, gibt es gleich Riesenprobleme, besonders Abhängigkeiten zu XML-Bibliotheken, und, 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 das war hier relativ, ne, relativ, wir können hier viel, sehr viel Zeit verbringen, ich bin die ganze Woche dran gesessen insgesamt, und habe versucht, das zum Laufe zu bringen, wie gesagt, mit unserem komplexeren Beispiel, das heißt komplex, mit diesem einfacher Beispiel, mit einem einfachen Szenario, das wir für jeden Broker angeguckt, oder für jeden, ähm, wie die Integrationslösung angeschaut haben, und ich habe es hier nicht zum Laufe gebracht, aber, das liegt vielleicht nur daran, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, wer möchte, kann auch mal einen Blick drauf werfen, ich habe das hier auch, äh, unter, äh, GitHub veröffentlicht hier, da ist das Beispielprojekt drin, wahrscheinlich liegt es irgendwo am POM, die momentane Version dürfte ja auch nicht optimal sein, da habe ich, wie gesagt, das eine oder andere schon ausprobiert, aber, klar, wer möchte, kann das natürlich in Fix anbringen und, äh, kann es installieren, ich werde das auch mal verfolgen, weil ich das wirklich für einen toller und interessanter Ansatz finde, hier nochmal eine Abstraktion auf diesen OSGI-Container draufzusetzen, mit diesen Containern und mit diesen Profilen, und wenn das einwandfrei funktioniert, ist es wirklich eine schöne Sache für riesige Deployments, und, ähm, ja, ich gucke da einfach nochmal rein, wenn die 6.2.final ist, oder wenn es da irgendwie einen Zwischenstand gibt, probiere das nochmal aus, und bin sicher, dass das demnächst wahrscheinlich dann auch laufen wird. Ich informiere euch drüber, hier auf dem Kanal, oder auch hier auf dem Projekt, umsobald das auch in der Runtime deployed werden kann. Ja, soviel zum JBoss-Fuse. Ja, damit ziehen wir die Broker durch, oder Broker, ich sage immer Broker, damit ziehen wir die Integrationslösungen durch, die auf den Apache, CXF, Camel, Karaf und so weiter aufbauen, und, ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zum Mule zu kommen in der nächsten Folge, und uns den Mule anzuschauen. Ja, bleibt dran, bis dann mal, tschüss!